Okay und Leute, was geht denn? Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal 2 Ähm Ihr fragt euch sicherlich, wo mein Stuhl ist Wahrscheinlich fragt ihr euch das gar nicht Könnt ihr euch noch an diesen einen Stream oder an diese, ähm Ganz kurz An diese eine Folge erinnern In, ähm, welcher mir mein Stuhl kaputt gegangen ist Das vermutlich genau gleiche ist jetzt wieder passiert Mit einem anderen Stuhl Also es ist von der gleichen Marke, es ist genau der gleiche Nur eben Also es ist, ich hab mir den gleichen Stuhl dann nochmal gekauft Und der ist jetzt auch kaputt Ähm, so Ja, ist jetzt nicht gut Ich werd auch niemals eine Produktplatzierung von MC Racing bekommen Weil ich finde, die machen einfach grauenhaft schlechte Stühle Es tut mir leid, liebes Team von MC Racing Aber ihr könnt einfach gar nichts Das kann ja nicht sein, dass ich hier Auf dem kaputten Stuhl sitzen muss Jetzt muss ich auf einem Holzstuhl sitzen, der ist total unbequem Ähm, genau Gehen wir die Fernbedienung weg So Ähm, wir haben das letzte Mal Wenn ich mich richtig erinnere, hier aufgehört Erinnere ich mich richtig? Ich hab keine Ahnung Testkammer 17 Oh, wir sind schon kurz vor Ende Testkammer 18 war einmal schon Schluss Betrug Für einen kleinen Portal Dessen Lebenszeit Individu Und durchführbare Pläne sind Alles eine gute Falle Ja, wahr Es ist schon true Ich hab zwei kleine Roboter gefunden Eigens fürs Testen gebaut Oh nein Er hat die Kooperationsinitiative entdeckt Meine Erfindung zum Auslust an menschlicher Testobjekte Bevor du geflohen bist Ähm, wenn ihr wissen wollt, was es ist Es gibt auch noch einen Zweispielermodus bei Portal Den kann man online zu zweit spielen Ähm, kann ich schlecht machen Ich kenn keinen, der das Spiel hat außer mir Und, ähm, da spielt man zwei Roboter Testroboter Hier tötet er dich Ähm Ähm Ja, die sind tödlich Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen Nein, 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 nein Mach das nicht Stell dich hier hin Maschine an, Maschine an, Maschine an Wo stellst du? Komm zurück Ähm Ähm Komm zurück, bitte Komm zurück Auf keinen Fall Auf keinen Fall Auf gar keinen Fall Ich hab beschlossen, dich nicht umzubringen Ja, wenn du zurückkommst Ja, ja, klar Was ist das denn? Komplett eskalative Folge Er will uns einfach töten Und ich sagte Komm zurück Und du sagtest Klar, Mann, kein Problem Und dann kannst du zurück Ja, ja, genau Ich erinnere mich Ähm I do not know Where to go Oh I see Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss Äh Ich muss mich hier lang feuern Kayabanga Ja, gut I hate it If I get Heart attacks In the middle of a video Ich glaub nicht, dass man das mal so machen sollte Das war ein bisschen umständlich Was? Hä? Mach halt alles kaputt, Wheatly Was ist denn los? Yo Ich wusste nicht, dass das so eskalativ ist Ui Ich kann hier nichts hinfeuern Vor allen Dingen Ist das sehr laut Muss ich mal an Anmerken an der Stelle Ähm Nein, wir haben die alle zerstört Nein Jeden dieser Roboter haben wir in der Folge zerstört Als wir die auf Äh Die Baumaschinen kaputt gemacht haben Oh, genau Vielleicht haben die Türme gelernt Würge-Eisen zu verwenden Das wird ein Gibt's hier Oh Oh Das macht gar nichts Denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand Sag mal Haube, Dame, König, Ass Fullhaus Alles Trümpfe Dabei kann ich gar nicht Karten spielen Und jetzt neue Geschütztürme Voll Funktionsfähig Ein Mau-Mau-Vierling Unschlagbar Glaub ich Äh Äh Oh, no Nein Okay, okay, okay Das ist schwerer, als es aussieht Ich weiß nicht, wo ich da ein Portal öffnen kann Ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand Bube, Dame, König, Ass Fullhaus Alles Trümpfe Das ist kein Fullhaus Und jetzt neue Geschütztürme Voll Funktionsfähig Ein Mau-Mau-Vierling Unschlagbar Perfekt Perfekt Schönen Tag noch Oh, ich muss da rüber Na dann Verstehe Raffiniert Sehr raffiniert Ja, das ist mir auch schon aufgefallen Denkst du nicht mehr als dass ich in den Schredder reinspringe? Wheatley Wheatley, was bist du für ein Schwachkopf? Na gut, es gibt kein Voice-Dinger Holmes gegen Moriarty Aristoteles gegen den Stamper des Todes Warte auch runter Oh, hier bricht alles zusammen Lauf Lauf Äh Ich bin nicht da Mama, bitte hilf mir Oh, no, 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 no Great, right? He 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 Sind das real? Ja, das sind echt Hä? Warte mal Nee Da sollte ich vielleicht auch nicht runter Wobei Das sieht so sass aus, dass da überall solche Sachen sind Woher kommt das? Aus dem Nichts Gut Äh Hier kann ich Da jetzt ein Podcast haben wollen I don't know Ja, gut Okay Könnt ihr sein können, dass man da durch kann? Ich weiß es auch nicht Ich muss jetzt was trinken Vorher Ringfit Adventure gespielt Ich sag's euch Das ist das anstrengendste Game, was ich jemals gespielt habe No Oh, come on Ah, nee, wir sind hier Boin Oh, oh Hat das nicht umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein Leider nein Hallo Ich kann nur hier was setzen Oh, oh, oh Ja, ja, alles klar Ich kam da gerade eine tolle Idee Bin gleich wieder da Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin Ne, hier kein Was ist denn das hier? Oh, oh Maybe Ich bin überfordert Links und dann durchducken Es könnte sein, dass wir uns links durchducken können Ich weiß es aber nicht Ich hab keine Ahnung Es ist auch weird, dass wir hier überall Portale setzen können Ist da was kaputt gegangen? Ne Oh, oh Hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein Hallo? Oh, oh, oh Ja, ja, alles klar Ich kam da gerade eine tolle Idee Bin gleich wieder da Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin Ne, da kommt man auch nicht durch Okay, ich bin schon wieder überfordert Ach, komm Ne, wir sind noch, noch, noch Bin ich happy Ich hab keinen Armaufleger Das tut so weh in den Armen die ganze Zeit Die Arme hochzuhalten Auf der Tastatur Okay, wir dürfen jetzt nicht mehr sterben Ist da was kaputt gegangen? Oh, oh Hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein Hallo? Oh, oh, oh Ja, ja, alles klar Ich kam da gerade eine tolle Idee Ah, da Lol Das sehe ich nicht Macht dieser Knopf überhaupt Was? Wir können transportieren Oh, ich weiß, was der Knopf macht Der Knopf macht, ähm, die blaue Farbe Hallo Hallo Hehehe Oh That wasn't my plan Aber Ja klar Aber wie komme ich jetzt da rüber? Achso Einfach 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 I think Einfach hier, oder? Einfach Kaya Oh No way Ich komme da nicht hoch Ich komme hier nicht mehr hoch Hey, wie soll ich denn da hochkommen? Hallo Habe ich mir selber Habe ich mir gerade selber verbaut Anders kommt man da noch nicht hin Ich habe es mir verbaut, I think Hä? Nö Ich kann hier kein Ich muss hier ein Portal setzen Dann da oben Und dann blau schießen Und zwar hier hin Hä? Was? Ich komme hier wirklich nicht mehr hoch Ja, lol Kein Problem Ich bin Profi Ich weiß, wie das geht So Und Ja, ja, ja Doch, doch, doch So muss es funktionieren So Hä? Wie Wie bin ich denn Das ist komplett verbuggt Gerade eben bin ich noch davor gelandet Und nicht drauf Ja, komm Ja, dann Dann halt nicht Oder vielleicht auch so Oder vielleicht auch so Na, eher so Oh no Oh, ich dachte, ich falle da jetzt hin und bounce da komplett rum Bis ich runterfalle und sterbe Wäre nicht so Wäre nicht so eine tolle Erfahrung gewesen Meiner Meinung nach Oh, hier links gibt es bestimmt wieder irgendein Secret Was ich aber nicht erkennen Aber ist auch egal Wir wollen weiter Oh, es lädt Es lädt Bin heute ein bisschen motivierter als beim letzten Mal Letztes Mal war es aber auch so Die waren alle so richtig unfair Jedes Rätsel war unfairer als das davor Einstampfen wäre zu gut für ihn Erst ein Jahr Verbrennungsanlage Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich Dann zehn Jahre in der von mir geschaffenen Kammer In der man von allen Robotern angeschrien wird Und dann töte ich ihn Ähm, war das so eine gute Idee? Klar Bomben Why denn auch not? Kein Problem Einfach Bomben Warum hat man Bomben hier drin? Jetzt habe ich Angst So, das war jetzt bedingt gut Weil Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen Wenn ich jetzt Hier blau hin mache Was bringt mir das hier? Öffnet mir das das hier? Ich will ja gar nicht hin Hallo? Oh, ich muss jetzt da hin Aber natürlich Macht ja auch Sinn Und dann hier weiter Ja, okay, okay Ich hab's Oh, hier ist schon wieder so Aperture Computer Mit dem wir aber nichts machen können Hallo Readly BAM Los Oh, ich weiß was Äh Da So Wir brauchen Speed No Ja, perfekt BAM Und dann habe ich keine Ahnung Wo ich hin muss Du siehst Gleich hier Schluss zu machen Ist das günstigere Angebot Du musst dich Nicht bis zu einem Versteck durchkämpfen Wo doch hier Sein bequemer Tod In greifbarer Nähe liegt Und es ist ja keine Falle Ich schwöre Du gehst den Tod Hier absolut freiwillig ein Was heißt der Gold? Nein Nee Ich dachte ich werde irgendwo Rausgefeuert Wie sonst irgendwas Aber war dann nicht so der Fall Du meine Güte Was hat er nur getan? Das sieht ein bisschen Broken aus Gladys Wie Ähm Ich habe keine Ahnung Was ich hier machen muss Hallo Wenn ich hier Bomben reinfeuer Was Was würde das für die Menschen Ich komme gar nicht mehr zu den Bomben Gar Aber warte mal Hier wird schon nicht ohne Grund Sowas sein Das hat immer einen Grund Wenn sowas da ist Ich muss hier irgendwie hoch Oh I know I know how Student 500.000er IQ Natürlich Die Sachen die runterfallen Werden davon nicht Da ist Doch Ich merke schon Dass du mir nicht vertraust Doch Also mittlerweile vertraue ich klar Das Ich trüge dich Und an jedem anderen Tag Hättest du recht Die Wissenschaftler haben dauernd Kerne an mir befestigt Um mein Verhalten zu steuern Ich hörte mein Leben lang stimmen Doch nun höre ich die Stimme eines Gewissens Und das ist schlimm Denn jetzt ist es meine eigene Stimme Ganz im Ernst Ich glaube etwas stimmt nicht mit mir Das hier sieht Naja Bisschen sass aus Wo es da hingeht Leute Sehen wir natürlich in der nächsten Folge Wenn es euch gefallen Dann zeigt das gerne Mit einer positiven Bewertung Und wir sehen uns beim nächsten Mal Euer Stuhl LP Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal